Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Flo, 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 Flo Wo das Mikrofon nicht beginnt mich zu stören Ähm, Flo? Ich will ja keinen Ektik machen, aber sie schießen mit Kanonen Ja, ich will ja nicht sagen, dass es dringend wäre, jetzt zu agieren Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier etwas chaotisch heute zugeht Wir wollten ja auch eigentlich einen anderen Server nehmen, ausnahmsweise mal Aber ich habe die Kommentare nicht gefunden Ich habe überall durch die Kommentare Die sind meistens unter dem Video Du bist ein dummer Spast Naja, er weiß aber, wo die Kommentare sind Ich weiß auch, wo die Kommentare sind Ich weiß bloß nicht, wo das eine Kommentar ist, das ich gesucht habe Vermutlich auch unter irgendeiner Linie bilden, Linie bilden Wir holen jetzt die Reiterei weg Welche? Legt an! Da, wir rechnen, der da rennt Äh, Junge! Er lebt noch! Legt an! Ist der jetzt umgefallen? Nein, er lebt noch Hapen! Ach, du hast alles kaputt gemacht, ich habe keine Feuererlaubnis erteilt Bist du mein Kommandant, oder was? Da, wer... jaaaah! Aber was verpasst? Wer bist du denn? Du hast die demokratische Wahl nicht mitbekommen Achso Dann ist okay Er wurde gewählt, er hat keiner aufgepasst, deswegen gab es keine Gegenstimme Ah, der da ist braun, achso, jetzt ist der Toad Ich habe den Kuh gefliegen sehen Wir sollten uns auch ein wenig bewegen Warte mal, der ist fein Oh, der ist nicht für uns Der ist fein Ich habe das Pferd Und jetzt hat das Pferd mich Nimm das! Ah! Hinter mir waren da noch mehr von Ich habe nur unsere Männer gesehen Hat das jemand... Warum sind dir das noch so viele? Shit! Ach schön Das hat sich für mich ergerät Jaaaah! Vor dir! Dem Floh in den Rücken Jetzt rochen wir Dein Schlachtfeld, Kinder Wo ist unser Offizier? Wo ist unsere Offizie? Wo ist unsere Offizie? Haben wir eine Offizie? Wir haben keine Offizie Wir haben keine Offizie Was ist denn mit dem da? Wir folgen jetzt dem hier Was? Wieso sollten wir dem folgen? Weiß ich nicht Er hat was Kleines in der Hand Wir folgen hier dem Großbataillon Genau Zu unserer Linken Als Unterstützungseinheit Das ist absolut lächerlich Wir sind die Fremdenlegion Zwischen den einzelnen Parts Die ich gerade zu einem Video Zusammenschneiden werde Schaue ich in den Kommentaren Ob ich die neuen Server Die wir unbedingt ausprobieren sollten Wollten Sollten schräg schräg wollten Ja Irgendwo finde Im Moment sieht es noch Nicht allzu gut aus Wir sollten in eine andere Richtung einschlagen Da kommt die Kavalerie Und unsere Kavalerie Unsere Kavalerie schützt uns doch Jetzt hört doch mal auf Unsere Kavalerie ist doch da Um uns zu Die haben mehr Kavalerie als wir Ja deswegen sollen wir ein Kavalerie Dein Gesicht sollen Quadrat bilden Eine Linie Ihr wollt doch nur zur Festung rennen Unsere Kavalerie Rennt einfach zur Festung Lenkt sie ab Da hilft uns Freude schöner Götterfunke Auch nicht Leute Wo läuft die Freude schöner Götterfunke Bei mir im Hintergrund Bei der Musik Ich höre Kanonen Ich höre Ja ich auch Bist du das? Nein Das ist Suge Liang Also das ist Lingling Beiseite Ich muss da rein Bevor die Pferde da sind Wo bist du denn? Ich bin Ich sehe Flo Ich bin genau hinter euch Ja Was heißt hinter euch? Ich weiß nicht wo Flo ist Beiseite Ich kämpfe mich gerade zu Schmitz Ah Du bist der da drängelt Schneller Jetzt müssten da Franzosen drinstehen Oder Das hatten wir doch schon Mein Lieber Was ist denn ja und? Ich finde es schön Wie ihr da steht Mit der Fahne Und uns Einlass gewährt Wir sind in Sicherheit Ja Dein Gesicht ist in Sicherheit Wisst ihr welche Taste Ich immer vergesse Oh Gott Feinde Zum Glück ist kein Schlaumeier Mattes Jeder sagt Viel Feind Viel Ehr Hey Das ist mein Part Ey Jungs Kommt zu mir Hier kann man den Super In den Rücken schießen Was hast du denn? Hier auf dem Podest Auf dem Podest? Oh, hier komme ich die Tür Welche Tür? Die Genau die Links von uns Einen hab ich Oh Das war dann Flo Mit der Granate Selbst getötet Wo ist denn eigentlich unser Mann? Ich weiß gar nicht Im Hintergrund Den hab ich im Laufen Recht geholt Prof, mach doch aber was Komm hier hoch Mist, den hab ich Ver... Ah, den hab ich Ver... Verwirrt hab ich stehen Ja Gott, ich hab's nicht gesehen Ja, das ist Das Schild, dass das Allzeit über die Habe Nee, Gott, hilf dir auch nicht mehr Oh Gott sei Dank Oh, oh Wie dockt man sich nochmal? Das war knapp so Das war Point Blank About Time Schön, schön hat er es gesagt Ich bin ein Sturmsoldat Ich bin ein Sturmsoldat Ich bin ein Sturmsoldat Gib mir Deckung, wenn ich nachlage Ei, ei Wo seid ihr denn? Was ist denn jetzt? Warum sagt ihr einer Bestürmen? Ist das ein schlechter Admin? Nee, aber... Komm, wir umrunden sie Warum sind wir in Unterzahl? Versteh ich nicht Hörst du das? Die schlagen hier um sich Und er ist unsere Verbrüderung Versucht ihnen in Rücken zu schießen, Männer Zu zweit Schießen, Prof Schießen Ich seh doch keinen Fall Wo soll ich denn da schießen? Chris, wo bist du eigentlich? Bist du reingegangen? Du bist reingegangen Nein, ich bin nur ein Stück um die Mauer um nachzuladen Ist der da hinter der Wand? Mist, den wollte ich mir schnappen Ist Chris... Ah, okay Vorsicht, sie hinter der Mauer sind sie Nee, da wurde gerade einer weggeschossen Das ist keiner mehr Was bist du doch? Verstecht sich hier Da ist jemand hinter dem Baum, glaube ich Ah ja, da muss ich jetzt hier Genau, brauche Gute Idee Aufs Dach Männer, aufs Dach Und die sind alle von uns Unsere Männer Aber hier unten Nee, die sind auch schon tot Ja Da hinten Oha Da stand ich vor kurzem Oha, oha Ach, du bist das Der da am Baum, oder? Aha Florian, ich komme Juhu Wir nehmen jetzt zu dritt Wir nehmen jetzt zu dritt Äh, der rechts Das ist nicht unsere Reiterei, oder? Der da rechts ist auf unserer Seite Das ist dir klar, Herr Rennner Schieß auf die Pferde Ich meine das hinter der Mauer Äh, das sind nicht unsere Pferde Nein, das sind nicht unsere Pferde Das sind große Ziele Einen habe ich Sehr gut Und jetzt jeder von uns nochmal so gut Und dann Haben wir vielleicht einen Schaden Ähm, hinter uns, hinter uns, hinter uns Oh Gott Und vor uns Komm doch Und neben uns Und überhaupt Rückzug Rückzug Ist die Frage Der Gier Ja, das Das war's dann auch Warum hat man dann nicht zugeschlagen? Au Das war mehr als knapp Alter Alter Wir haben auch beide braune Uniformen Das finde ich jetzt auch schon so ein bisschen fies Boah, Christian und ich sind Zweiter auf dem Surf Was? Vier Reiter Alter, ich habe auch schon drei gekillt Was ist denn da los? Ja, wir beide Ja, hallo Und wir sind erst seit 15 Minuten oder so hier Also seit acht Minuten Und die andere Folge ging Vier Die können jetzt zehn Mann getötet haben Oder neun Wie machen die das? Achso, auf der anderen Seite Äh, äh, sie haben Äh, warte Hier Übung Ja, in der Oh, die Folge Äh, haben wir kurz Also das ist ja Das passt ja Da kann ich ja nicht mal inzwischen den Folgen gucken Das Flo Hier, Männer Oh, wir haben einen Officer Wir haben einen Offizier Oh Hier Zu mir Zu mir Ich glaube es ja nicht Einfach so für Zieriges Rechts Ja, ja Hier folgt Danilowski Ein typisch österreichischer Name Ja, Danilowski Typisch österreichisch, ja Jeder zweite heißt er Danilowski Oder Klass Schrecklich Schrecklich Ja Oder Klass Ein Urnahmeleamt bei denen Hat so Probleme mit diesen Danilowskis Manchmal rufen die die Fahrzeugermittlungen dort Ja Die rufen da nur noch Nummern Danilowski Eins, Zwei, Drei, Vier, Fünf Das geht bestimmt schon in den Fünfstelligen Bereich Manchmal Frage ich mich Wer so einen Scheiß guckt Oh, guck mal Ich laufe schneller als unser Anführer Das will ich gar nicht Hier nicht viel anderes Außer laufen Und dünnes reden Ja Das können wir auch sehr gut Dünnes reden Muss ich ja zugestehen Wenn wir was können Ich hätte jetzt gleich eine Ausscheidung Reden Ja und wir heißen alle Ja und wir heißen alle Gniass Gniass Danilowski Eins bis 500 Nur jeder Zweite Warte, ich muss mir den Namen aufschreiben Schreib es auch für später Das müssen wir Wie Florian sich jetzt an die Seite stellt Können Sie sich aufschreiben Ja Danilewski Schreib mal den Nachnamen Achso, Danilewski war mit D-A-N-I Ja, wo hat er sich denn hingestellt Ich musste doch auch hier finden Wir haben übrigens jetzt einen Trommler Das ist ja schön Ich muss Wo ist er denn hin Da Übrigens, der kommt Restösterreich Lauf doch nicht weg Kniass Danilowski Danilowski Ich war bei Levski irgendwie Hatte ein bisschen was wie im Hund Was macht Parcours hier Der sieht so ein bisschen aus wie Prof Im wirklichen Leben Ich finde also Das ist Parcours ein sehr sehr schöner Das ist aber nett von So Komplimente Oh mein Gott Warte, er hat da Hackfresse Habt du gesagt? Der könnte Werbung für eine Fleischtheke machen Schön, schön Man merkt man mit Mops Nur mit Komplimenten empfangen Wir sind ja wahre Freunde Schöne Musik Bei mir ist er immer noch bei Freude Schöner Götterfunke Also da kommt er auch nicht weg Das Lied gibt es irgendwie Ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt nicht singt habe Eine zweistündige Epos Bist du da hinten Feind oder Freund? Du bist tot Okay Achso, es ist egal Er wird gerade von Reiterei umrundet Oh, Scharfschütze Ich hab den mit auf dem Feld da Ich hab das gesehen Oh ja, ich kam gerade um die Ecke Und hab das gesehen Nein Ich stehe dir Der arme Reiter Ja, 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 ja Du und dein Reiter Das hast du ganz toll Oh, oh, da kommt ein Schuss Da ist etwas neben mir eingeschlagen Ja Sie wollen den Scharf schützen Sie wollen den Scharf schützen Dann musst du dir ja keine Sorgen machen Sag damit, Flo Lass dich nur nicht neben den Scharfschützen stellen Da hinten kommt eine Masse an Franzosen Wir haben uns doch so gut gehalten Was ist passiert? Wo denn? Oh mein Gott Ganz Frankreich ist gekommen, um uns zu töten Wo? Da hinten der Ameisenhaut Einfach reinhalten Ich sehe lustig, aber sie tatsächlich nicht Oh, da, ja Das ist jetzt tatsächlich Oha Meine Güte Sind das viele Wir haben die vorteilhaftere Pussy Treffer versenkt Würde ich sagen Möchte anmerken, dass ich noch lebe Ja, wie das passieren konnte Weiß auch keiner Das hat wem Wieso haben wir keine Kanonen? Du, Prof, da brauchst du bloß in die Nähe reinhalten Ja, das ist mir schon klar Hm Du hast da eine Begabung Ich sehe Ja, das musst du auch erstmal schaffen Aber sie kommen näher Früher oder später treffe ich sie Ja, ja Guck mal, der eine hier ganz vorne links Ja, ja, ich bin auch schon Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzelnen Nee, mach mal rechts Mach mal rechts der Wald Rechts der Wald Rechts der Wald Prof Ich will nicht sagen Aber langsam wird's eng Kinder Langsam wird's eng Vielleicht solltest du dich hier auch hinknien Gibt's dir noch was? Er muss ja nochmal nachladen Du kannst dich auch während des Nachladens hinknien Und aufstehen Ohne dass es das unterbricht Wenn ich mir recht entsinne Nur bewegen darfst du dich nicht Äh, einfach reinhalten, Prof Einfach reinhalten Warum triffst du nichts? Der Boden ist gepflastert von Franzosen Wenn wir alle so viel hätten wie Franzosen Munition zum Beispiel Flieht, ihr Franzosen Flieht Nee, der da unten Wo ist Flo? Flo ist mit dir gestorben Nein, ich lebe noch Ach so Ich wusste nur lachen Weil ich in dem Moment gesagt habe Wir haben die Vorteil auf der Position Und der Kanonenkugel Einstück und fünf Mann von uns töte So, immer mal gucken Direkt neben mir Ist er das? Ja, das ist er Oh, wie ich ihn ziehe Wie riecht du? Oh, ich hab seinen Kopf verfehlt Flo erkennt man immer von Weitem Um Haaresbreite Flo erkennt man immer von Weitem Weil er kein, äh Mustache hat Keinen bombastischen Wie alle normalen Menschen In, äh Napoleonic Wars Oh, sehr gut, Flo Den hast du um Meilen verfehlt Was? Ich hab drüber geschossen Prof? Ja? Hör auf zu tippen Derjenige Das kann ich nicht rauseditieren Hinter dir Hinter dir Welches hinter mir? Wenn du dich immer im Kreis dreht Wird das schwierig mit einer Hortsangabe Da hinten auf dem Hause sein? Oh, guck mal, sie stimmen Da an der Mauer An der Mauer An der Mauer Juhu Es sind nur noch doppelt so viele Wie wir Na, dann haben wir eine Chance Eine reale Chance Es sind doch nur Franzosen Oh Gott, der wartet nur auf dich Wer wartet auf mich? Na, der da gerade unten Ah, außerhalb Direkt vor der Tür steht einer Direkt vor der Tür Rechts, rechts Nee, jetzt ist da reingegangen Wie konnte es sich so zu füllen? Sehr gut Sehr gut, Flo Ja Oh, Double Vorsicht, da rechts Hinter dir Flo, hinter dir Hinter dir, Flo Links neben dir Hinter dir Hinter dir Auf beiden Seiten Ah Und drinnen De facto überall Ah, das war ich eigentlich schon Sieben Amo 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 Amo